Hey Leute, wassup, Boonboon hier, willkommen zurück bei Super Meat Boy Chapter 5 Rapture. Ich habe hier in einem kleinen Spargel geäußert. Ich habe hier in einem Spargel. Hier ist es auch ein Spargel. Dann gehen wir hier an. Ich habe hier in einer Spargel. Ich habe hier in der Sonne, die in einem Spargel ist. Ich habe hier in einem Spargel. Ich habe hier in der Sonne. Ok, soviel dazu. Ok, altbewährtes Prinzip, 17 Level müssen wir packen von den 20. Schauen wir mal, was uns dieses Mal erwartet. The Witness. Can I get a witness? Keine Ahnung, wo es hingeht. Nach oben? Oh ja, nach oben. Oh, das wird gleich wieder tricky. Schauen wir mal, ob wir da sind. Ja, ok. Here we go. Oh Gott, das wird auch funktionieren. Oh Gott, wie soll denn das funktionieren? Ja, so in die Richtung. Yay! So weit. Ich habe schon eine Vorstellung hier von dem Ganzen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so umsetzen kann, wie ich das möchte. Es gibt übrigens noch keine Neuigkeiten zum Level Editor. Es hieß, er wird Mitte Januar released. Wir haben heute den 15. Zweigweiß. Oh, der ist noch heiß. Oh Gott, wie schnell ist denn das? Also, er müsste demnächst rauskommen. Vermute ich mal. Oh, das war auch nicht. Naaah. Mann! Ich bleib durch! Gibt es hier einen Wallhack für das Spiel? Das wäre jetzt nice. Vor allem, wie lange geht denn das Level? Da drüben geht es ja alles noch weiter. Wie habe ich denn das gerade eben genommen? Nein! Ah, fuck! Fuck! Fuck me, boi! Oh! Yes! Nein! Ah! Okay, okay, okay. Okay, jetzt machen wir das in einem Flutsch. So, wie wir das gelernt haben. Nein! Ja! Nein! Ja! Ich will speichern! Warum kann man hier nicht speichern? Ich will speichern. Okay, komm schon. Sollen wir mal rechts an der Hauswand runter? Ne, da unten. Ich würde sagen, wir nehmen das kleinere nach vorne. Da ist es einfacher, drüber zu springen. Oh Gott! Ach, das fährt nur auf der Schiene. Okay. Oh Gott! Wie soll man da jetzt drüber springen? Oh nein, wenn ich jetzt noch sterbe, dann rege ich mich auf. Oh Gott! Oh! Fuck! Erstes Level und gleich oder so anspruchsvoll. Das gibt was. Oh meine liebe Freunde. Eventual! Okay. Irgendwas, Alex. Es glitzert. Oh nein, es ist ein Schwerkraft-Kraftfeld-Druckwellen-Manipulator. Es drückt mich weg! Ich kann da nicht durchspringen. Wo geht es denn eigentlich hin? Ich habe gar nicht mehr so nachgeschaut. Boah. Wo geht es denn hier runter? Erstmal schauen wir, wo. Erkundet mal ein bisschen das Level hier. Okay, ich glaube, da geht es nicht weiter. Dafür können wir hier wieder noch. Ich muss jetzt gar nicht machen. Hä? Hä? Oh nein. Ach komm. Ach so. Es trägt mich. Es trägt mich. Es trägt mich. Juhu! Okay. Das macht ja Spaß. Okay. Ah! Oh nein! Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dankeschön schwer! Da haben mir die Ventilatoren besser gefallen. Die haben ungefähr dasselbe gemacht, nur ein bisschen einfacher zu steuern. oh du trickst man kann darauf schweben ein rad ist ein kreisgrund runde rad ist hier rein so schwebel yes ach nein das reicht einfach ok zwischendurch möchte ich mich ganz kurz mal wieder bei Mr. Oehler Iva 1337 bedanken er hat mir aus Amerika etwas bestellt was ich unbedingt wollte ich verrate euch noch nicht was ich werde es euch irgendwann mal zeigen ok so in ein bis zwei Wochen müsste es hier ankommen also ich glaube man muss durchspringen und diese Gravitationsverzerrung hier nur als Schub benutzen nicht völlig sich darauf verlassen probieren wir es mal aus ok das war zu stark einfach ein bisschen weiter unten abspringen ja ganz weit unten abspringen ja ganz weit unten abspringen hier genau dasselbe ach und da ist ja schon Bandage Girl ja level complete wir haben noch sechs Minuten das Leidlofer das neue Level anschauen ok noch mehr von der Kacke uuh 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 das fährt ja dann wach ach wären die nicht gewesen wäre ich schon weit gekommen nein nein so knapp so knapp so knapp uuh 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 so was für ein Backchump Backflipped Frontside nein ich muss einfach oben drauf hilft nichts in uuuh uuuh und jetzt oh Gott es drückt mich ja schon weg ich darf nicht mal gucken was da drüben kommt also da wird anlauf oh nein oh oh yeah oh Gott neeein Welches haben wir das Blasch da abgecheckt? Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh Gott, nein! Fuck! Fuck! Aber das Level gefällt mir eng. Das macht eigentlich Spaß. Wie soll das gehen? Wenn es ganz in der Band ist, muss man durch. So klappt es manchmal und manchmal nicht. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! 3 Minuten! Go, mi doy, go! What's up! Oh! Das war total. Okay, dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder hier in diesem Level, was wir sehr bald lösen werden, ich habe es im Urin, bis dahin, ich bin raus, ich bin Moonboon und ciao ciao und so weiter.